Und let's fetz und ein herzliches Willkommen bei Crysis zurück. Wir sind hier stehen geblieben und wir müssen so einen Typen jetzt folgen, glaube ich. Aber wir machen jetzt erstmal hier fette Licht an, ne? Da ist eine Schindlampe. So. Ab geht's. Yeah, man. Ich finde das voll geil, wie die das gemacht haben und so. Der Taschenlampe. Ja, mal gucken, was uns so überrascht noch so in den ganzen Spiel für Crysis natürlich. Also mir wurde ja gesagt, dass es mal ein kleiner, kleiner Teil ist. Oh, Mann! Oscar Romeo, Rasterkoordinaten 0138 5021. Golf Echo, Rasterkoordinaten 3913 3019. Da muss ich gehen. Die Mission ist ein Debakel. Der Feind kennt unsere Position. Stehen unter schweren Artilleriebeschuss aus dem Hafen. Lieutenants, Ihre Probleme sind mir schweißegal. Schalten Sie die Flugabwehr aus und halten Sie die verdammte Straße. Verstanden? Verdammter Mist. Verstanden. Mega fette Explosion und Action. Boah, das nennt man doch geile Gang. Die Schätze, unsere Jets kommen nicht ran. Irgendwas stört unser Radar. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können. Klingt nicht allzu schwierig. Wollen Sie den Job? Sie haben ihn. Ich muss einfach darüber oder was? Ich halte die Stellung. Komme später nach, okay? Ich muss da hin. Flugabwehr, Flugabwehr. Wir machen erstmal. Äh, die da. Golf Echo. Maximale Tempo. Energie kritisch. Versuch, erstmal safen. Im Falle das Spiel kackt ab oder so. So, äh, ja. Wir müssen. Maximale Stärke. So, erstmal wieder da hoch. Komm, Gisne, komm. Hüpf mir, hüpf mir doch ein. Hüpf mir, los, hüpf mir. Ah, da geht's tief runter. Alter, nö. Gleich mal verreckt. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Das ist doch ein Glück, dass ich geschmeichert habe. Aber wir können ja auch hier lang gehen, oder? Hier ist doch gleich eine Straße. Wo ist denn die hässliche Straße? Einfall. Einfall oder der Einfall? Mann, jetzt scheint hier bei mir das Wetter an. Oh, komm schon. Alter, was ist das schon wieder, Mann? Das ist doch für'n Arsch, Mann. Ich will hier nicht ständig irgendwie verrecken, äh. Wie mach jetzt erstmal das da wieder aus, hier? Hm, Granatwerfer. Das, das, das nehm ich doch glatt mit. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Alle guten Dinge sind drei. Maximale Panzerung. Alter, ich will... Ne, nicht das, sondern das hier. Granatwerfer. Kein Umsatz, danke. Ich lauf jetzt da lang, Alter. Geht's hier runter, ey. Ich lauf jetzt hier lang, gell. Mir ist es einfach zu hoch. Oh, wo, von wo, bitteschön? Wo ist der Fall? Von wo denn, bitteschön? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Ey, Alter. Nicht schon wieder verrecken, Junge. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Amerikanischer Feigling. Mist, Kerl. Nehmen wir doch glatt mit hier. Oh, jetzt sind wir erst mal auf der Straße hier. Jetzt machen wir mal einen fetten Save erst mal. Boah, was geht ab? Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Alter, wie viel Gegner sind denn das? Ja, schön. Tarnfeld aktiviert. Geht mit der Kogunate! Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Vorwärts! Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Meine Fresse ey, das im Dunkeln, das geht nicht gut ey Leute. Ich seh schon so schlecht mit meiner Brille, dann muss ich doch nicht schon wieder im Dunkeln spielen, ich hoffe es wird auch gleich wieder hell oder so. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Ja, verdammte Amerikaner! Nicht nachlassisch! Kugelmann neutralisierte die Flugabwehr. Solange wir keine Bombe schicken können, sind uns die Hände gebunden. Geht mit ihr kritisch. Vorwärts! Sie sind nicht, du Feigling! Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich brauche Munition, Junge. Du bist in der Kogunate! Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ja. Oh, das wird hell. Tag und Nacht, Alter. Wie geil. Das wird hell. Ich spürt hell. Tarnfeld aktiviert. Erstmal fett speichern wieder. Maximale Panzerung. Da hat mich doch wer wirklich gegrüßt, ja, aus meiner Steam-Liste. Äh. Tarnfeld aktiviert. Oh, ich finde das total geil, wie hier so, das alles so fett gesch... Oh, ich mag Direct Exit und so. So, jetzt muss man das da erstmal ausstellen. Ganzes Magazin reingerotzt. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Schönen Kopfwein. Hinter uns steht noch einer. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Geile Scheiße, der hat uns nicht mal gesehen. Wie ich da lang gelaufen bin. So, erstmal Munitionen eindecken, Leute, hier. Oh. Rechter Schalter um C4. Ah, gut. Alles klar, Norbert. Nur noch eins. Genau, nur noch eins. Au, au. Tarnfeld aktiviert. Ach, nö, Leute, ich brauche Panzerfaust und so. Ich brauche eine Panzerfaust. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich mag den Hubschrauber da nicht. Was mache ich denn da jetzt nun? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Verlichtet sie! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Fahrenglick aktiviert! Energie kritisch! Maximale Panzerung! Ey komm wir schwimmen darüber oder? Aber wir springen bestimmt nicht! Definitiv nicht! Nein, es wird nicht geschoben! Ach man, ja! Geh mir doch nicht auf die Ketten, alter! Wie kann man denn noch sensieren? Ah! Geh kaputt! Hier für euch noch mal 2 Mann! Nöööööööööööööööööööööööö! Ich mag diesen Hubschrauber nicht! China activates! Maximale Panzerung Maximale Panzerung Oh Mann Maximale Panzerung Sie müssen die Artillerie-Geschütze erledigen, damit wir Luftabgriffe fliegen können Maximale Panzerung Maximale Panzerung Maximale Panzerung Maximale Panzerung Maximale Panzerung Ach komm ey, du wirst mich doch jetzt verarschen, alter Nö, komm, verpiss dich.